Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Let's Play together Minecraft! Ja, diese Folge bauen wir nämlich jetzt unsere Farm. Aber zuerst müssen wir auch noch etwas anders machen. Wir haben heute... Heute geben wir uns ein Bettchen im Pool. Was? Einfach ohne mich? Hallo? Ich war nackt. Ah ja, dann muss ich nicht unbedingt drin sein. Ich baue da noch eine Tür hin, sonst könnte hier etwas rein kommen. Nur falls ich denke, dass es heute gleich los ist. Heute probieren wir die Folge spannender zu machen. Darum wird der Titel wahrscheinlich sein, spannende Folge. Was? Genau. Ich habe einen mysteriössten Platz entdeckt. Oh, 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 oh. Und ich habe endlich mal Eier gefunden. Ja, ich habe schon lange... Eier! Und jetzt? Oh, es ist sogar ein Huhn rauskommen! Ui, 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 ui! Ich muss es abschlachten! Nein! Nein, nein! Geh weg! Au! Ich hab dir in die Teile geschlagen, die du vorher gefunden hast! Die hab ich schon weggerührt. Schau, ok! Jaaa... Eigentlich sind wir jetzt schon... Was? Seit dem Zeitraum aufnehmen. Aber wir haben immer noch nichts gemacht, außer die Eier gesucht und geschlagen und... Warte, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Wir brauchen... Verarbeitetes Holz da. 45, so... Wir haben nur 7 Seiten, hallo. Machst du ein Hole und... Ein Hole? Und Wasserkessel und kommst du damit rauf? Haben wir schon Wasserkessel? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, oder? Ja, haben wir. Werkzeuge, ja. Wir haben ja gebraucht die Dinge unten. Zwei haben wir da. Heie... Ähm... Uh, ich kann spinnen. Die kann ich jetzt gerade abschlachten, so richtig. Wo ist sie? Ah! Boah, die hat mir gerade zu voll... Die hat gerade zu voll... Takedown gemacht. Bist aber nicht gestorben, leider. Nein, sie ist an mir vorbeigeguckt. Gerade. Ah, schade. Nichts. Nichts. Hast du falsch verstanden. Wo machen wir die Farm so unterirdisch oder operiertisch? Oder... Ah, ich glaube mal so. Operiertisch, ja. Aber wo? Ja, wo eigentlich... Wo hohe Monster so spahnen und so? Ich weiss noch gar nicht. Du hast noch nicht gefühlt, ja. Hast du jetzt ein Hole? Einen Hole? Nein, die habe ich nicht. Okay. Ich will noch eine machen. Ich denke, wir machen sie so da. Wie gross muss sie werden? Schon gross, ja. Ich weiss nicht. Warte rasch, warte rasch. Warte auf mich. Wo soll der Beiss sein? Beim Planen. Du musst... Ähm... Material brauchen wir auch noch als Schaufel. Und... Spitt... Und ähm... Axt. Einen Axt? Ja. Habe ich alles. Gut. Wo bist du jetzt eigentlich durch? Haufe. Ganz haufe? Können wir es so ganz haufe verstecken? So richtig ganz ganz haufe? Nein. Nur so halb ganz haufe. Was? Nein. Wo? Ich sehe dich nicht. Ah, da. So eine kleine. Die kann schon... Wir machen sie doch so, dass sie automatisch abbauen, oder? Wollen wir es so... Machen? Ja. Habe ich eigentlich vorgehabt, weil es ist viel cooler. Ja, okay. Und ich bin jetzt wohl ein Mensch. Wollt da nicht abbauen. Selber. Also brauchen wir... Warte... Es fährt acht. Es fährt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ähm... Ja. Warte, ich muss es jetzt mal austesten. Ich habe ja auch eine Schufle. Nein. Ich habe es fressen. Ah, es fressen. Gut. Ich habe schon lange nicht mehr mit der Minecraft Physik rumgespielt. Also so wird funktionieren. Ja. Wieso ist die Kuh nicht mehr oben? Welche Kuh? Ah, die. Die ist aber schon lange... Das geht nicht mehr. Das... Oh. Ähm. Ähm. Ja. Also. So. Ich habe wieder mal sehr viel Ahnung von dem, was ich da gerade mache. Ich weiss nur, dass wir da einen Graben haben müssen. So. 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 Und da muss jetzt Wasser rein. Ah, nein. Hä? WTF? Das braucht es jetzt. Das können wir nicht zulassen. Wieso gehst du auf Creative Mode? Das siehst du jetzt irgendwie... Aha. Ich weiss glaube, was du machst. Aber ich weiss nicht, wie du eine Kuh hast. Kau vielleicht. Nehmen wir auch so eine. Mach einfach keine Scheisse. Was? Ich will da nicht plötzlich ein Viech bei uns haben. So. Jetzt habe ich Wasser. Die bleibt schön da oben. Also dann braucht man aber noch so Planks, oder? Planks? Pranks. Was? Pranks? Nein, Planks. I don't like Pranks. I prank you. No. What? Die Fakle hat mich gerade geprankt. Opfer. Ähm. Also warte jetzt. Ich muss nochmal überlegen, wie das jetzt wieder gegangen ist. Ich weiss noch, ich habe mal so eine riesige Farm gebaut. Aber wie das genau gegangen ist. Es geht. Warte. Warte. Und jetzt, wenn wir zwei lange machen. Wenn ich jetzt das da würde machen. Warte. Warte. Kannst du mir die Schufel? Da. Jetzt wird das so ab. Ja, wenn schon, dann aber von der anderen Seite. Das ist aber falsch. Ah, dann müssen wir da noch die Holzding drüber machen. Ich mache so schnell ein paar. Dann kannst du die Schufel da wieder rein. Weisst du, was ich meine? So die Haltsteigen da. Ja, ich weiss schon. Du hast schon selber so Farmer gebaut. Aber weil es nicht von der anderen Seite und dann machen wir es einfach noch eins tiefer so. Wie von der anderen Seite? Von der anderen Seite her, da kommt das Wasser. Und dann geht es da einfach vielleicht, dann können wir es auch doppelt so lange machen oder so. So, da hast du noch die Schufel. Ah, ja, kommen wir. Ja, das ist schon noch ein Fall. Ist egal. Ich wollte es jetzt noch mal testen, weisst du. Mit was baut man schon wieder die Hänge ab? Mit der Angst. Aber okay, wir müssen es ja nicht so übertrieben riesig machen. Wir haben ja eh nur drei Pistons, stimmt. Ja, dann machen wir sie drei lang dafür. So. Aha, du bist eh nicht bei mir. Nein. Habt ihr das gesehen, dass es ein richtiger Trickshot war? Wenn ich jetzt einen Sniper hatte. Im Minecraft. Wenn wir mal den COD-Mod herunterladen, dann können wir uns snipen. Nein, ja lieber nicht. Nur weil du wirst verlieren, hm? Nein. Dich würde ich so richtig durch... Nein. So. Äh, ja. Von der Seite. So. Brauche ich nicht. In deine Knie. Aber, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ah, ja genau. Hey, irgendetwas läuft gerade falsch. So in letzter Zeit mit Minecraft. Wieso? Weil... Updates. Da hat es ja immer noch so ein Loch. Wow, wir haben einen Dingskuh. Einen Pilzkuh. Ja, ja. Die hat einfach ein wenig gemacht. Hm. Okay. Jetzt hätte ich ein Kudat von der richtigen Kunde gefunden. Also, ähm... Redstone brauchen wir noch. Jetzt bist du gerade von vorne hochgekommen. Ja. Egal, wir könnten ja auch mal nicht das testen. Moment mal. Hast du jetzt von denen? Nein. Aber willst du nicht noch schauen, dass das Wasser gerade ist? Äh, es ist ja gerade. Übrig. Ja, es kann nicht gerade werden. Hier kommt ganz hinten in den Ecken. Jetzt ist es schon. Ja, egal. Geht schon. Tu mal da irgendwo. Ne, wieso machen wir es nur zwei breit? Was? Zwei breit? Das geht nicht. Ah, bäh. So. Nein. Da musst du auch noch. Ich meine, in der Mitte so zwei breit. Checkst du was ich meine? Da, wo ich jetzt stehe? Ja. Ja, weil das auch nicht geht. Wir haben ja nur drei Pistons. Ich könnte nur den Blöck rauf tun. Schau, jetzt. Tu noch mal dazu. Das war eigentlich da. Da gehen wir jetzt einfach eine Stufe weiter. Und dann können wir nämlich hier unten auch noch anbauen. Ja, schon klar. Eben, ich musste nur schauen, wie weit das überhaupt fließt. Kann das Wasser gerade abstellen? Das ist in der Mitte. Ja, aber es wird sowieso rauslaufen. Vom unteren da. Das ist jetzt auch noch falsch. Ja, aber das Wasser stößt. Ja, eben. Warte. Ich muss das da schnell. Das ist ja auch noch falsch da. Aha, Moment. Du musst schnell kommen mit deinem Wattplank-Teil. Ja, warte schon. Aber das Wasser stößt. Aha, da. Ich muss jetzt checken, was du gemeint hast. Da muss eins hin. Ja, ich muss nochmal überlegen. Nein. Da. Die da oben müssen weg. Ja. Sorry. Wow. Aber das vorderste... Äh, das ist jetzt aber... Wieso hast du jetzt den ganzen Platz hin gemacht? Weil dann kann man so schön hochlaufen drauf. Okay. Das geht jetzt wirklich auch. Sonst ist es so komisch halt. Moment, wie weit fliesst jetzt das? Ah, wir müssen mal das Wasser da wegmachen. Ja. Jetzt müssen wir aber schauen. So. Ah, fuck. Jetzt haben wir Fehler gemacht. Der Drone. Kannst du drei Blöcke da mal weg tun? Jetzt kommt aber wieder Wasser. Ja, das ist ja so. Das muss so sein. Da haben wir auch. Hä? Ja, weil sonst läuft es ja nicht unten durch. Sonst ist der Überfluss nicht ganz. Ja, das... Okay, stimmt auch wieder. Dort. Dort der Überfluss. Ja, wir leben hier im Überfluss. So. Wie ist das jetzt gemacht? Ah, so. Ah, so. Äh, jetzt sind das noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Äh, wir könnten jetzt eigentlich noch eins weiter machen können. In diesem Fall. Aber egal. Kommt jetzt nicht drauf an. Ah, warte schnell. Lass jetzt mal. Nein, nein, nein. Sonst geht es nicht. Dann stimmt es mit dem Wasser nicht mehr. Ah, nein, man hätte es gar nicht eins weiter machen können. Ich habe mich erzählt. Okay. Aber irgendwie stimmt doch nicht ganz etwas. Doch, sicher schon. Man sieht das Wasser rein. Hä? Ja und? Muss ja. Muss irgendwie runterfliessen können. Stimmt. Machst du auch mal hier. Jetzt mal auf. Jetzt sieht man mal etwas. Ähm. Ja, da unten haben wir jetzt den Wassergraben noch gar nicht gemacht. Schau, da siehst du. Jetzt wird die Erde nass. Das ist mir erklärt worden, wenn es so dunkel wird und dann weiss man, dass die Erde genug nass ist, dass es schneller wächst. Oh, wirklich? Ohne Scheisse. Das ist schon seit immer so. Das habe ich aber gar nicht gewusst. Läuft es jetzt weiter? Ja, es würde weiterlaufen. Nein, es läuft nicht weiter. Ah, stimmt. Eben darum, irgendetwas stimmt nicht ganz. Ja, weisst du wieso? Machen wir es doch einfach so. Du tust jetzt diesen Block da. Gleich dort rein. Nein, ich weiss es genau. Ich weiss es. Da muss man eins weiter hinten. Dann kann man nämlich hier zutun. Was? Und das weisst immer noch. Und das funktioniert jetzt? Ah, ja. Ja, dann würde ich aber... Ja, okay. Egal. Ist gut. Dann würde ich aber nicht... Hä? Was machst du? Aber das wollte ich eigentlich sagen. Oh, bis hier bitte. Hm? Jetzt sollte es gehen. Gut. Funktioniert. Komm jetzt. So. Also, jetzt brauchen wir da natürlich noch... Da geht es nicht weiter. Wieso nicht? Wieso nicht? Es müsste eigentlich. Warte was. Ich schlaue dich die ganze Zeit. Ja, schau. Aha, dort ist ein Loch. Sicher? Ja. Aber nicht. Doch, geh mal weg. Oder auch nicht. Nein. Ja. So, wir sind wieder da. Es hat gerade einen kleinen Unterbruch gegeben. Ja. Ja. Ähm. Das mit dem Wasser da. Ich habe jetzt einfach mal Wasser rein gefüllt. Es kommt ja nicht so davon an. Es muss ja nicht fliessen oder so. Es sollte jetzt funktionieren. Ja. Und da braucht es noch einen Stegen. Mhm. Ähm. Wie weit müssen wir da noch führen? Ja, keine Ahnung. Wie viel brauchen wir schon noch ein wenig? Wir müssen erst wissen, wie weit es fliesst. Mach mal dort noch einen Stegen rein. Ich habe keine mehr. Ja, ich habe keine. Ich habe keine Schaufel, um zu schauen, wie es fliesst. Ja, warte jetzt. Da gehts noch weiter. Und jetzt ist dann, glaube ich, fertig. Die Folge ist fertig, ja. Ja, die Folge ist auch fertig, aber... Ich mache jetzt hier ein schnelles Loch. Also bis dahin muss es noch. Ja, aber unten dran läuft es nicht weiter, weißt du? Wo unten dran? So. Halt unten dran. Oder willst du es... Aha, ist unten dran nichts, doch. Aha. Ja, aber auf der Seite nicht. Läuft der drüber? Auf der Seite nicht. Bist du sicher? Ja. Weil wir haben jetzt ja eins weiter hinten angefangen, da. Es geht ja schon da, aber... Ups. Ja, dann tun wir halt da ein Wasserküppel rein. Ja, voll. Zack. Machen wir jetzt jetzt nochmal nur zwei lang, oder? Ja, voll. Wir können es dann sonst noch verlängern, wenn wir wollen. Okay. Ja, machen wir in der nächsten Folge da mal weiter, he? Ja, voll. Also. Tschüss zusammen. Bis.